Stromatoliten Stromatoliten sind Kalkablagerungen von Kolonien aus Cyanobakterien. Die Steine können bis zu 3,5 Milliarden Jahre alt sein. Lange waren sie nur als Fossilien bekannt. Bis 1956 vor der Westküste Australiens eine lebende Kolonie Stromatoliten entdeckt wurde. Cyanobakterien bilden auf der Oberfläche eine Schleimschicht. Auf einem Quadratmeter Fläche Biomatte konzentrieren sich bis zu 3 Milliarden einzelne Mikroorganismen. Mit Hilfe von Licht stellen sie aus Kohlendioxid und Wasser Kohlenhydrate her. Dabei entsteht Kalk. So wächst der Stromatolit für das bloße Auge unsichtbar um maximal einen Zentimeter in ca. 30 Jahren. Gebilde von einem Meter Höhe sind somit knapp 3000 Jahre alt. Im Hamelin Pool haben sie im flachen Wasser überlebt, dank des extrem hohen Salzgehaltes. Stromatoliten sind streng geschützt und zählen zum UNESCO-Weltnaturerbe. Stromatoliten 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 Vielen Dank.